Willkommen zu einem neuen Video von der Mystic Waffle. Ich habe das mystische Hallo jetzt vergessen, aber ich glaube, es ist das Video. Das ist das dritte Video. Das müsste eigentlich fast jeder wissen. Und das werden wir heute mal unter die Erde gehen. Und ein bisschen... Autschi, aua, 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 aua... Da sitzt immer ein Boot drin. Warum sitzt der in einem Boot drin? Blöder. So. Erlegt. Warte, wo graben wir denn am besten mal runter? Ich glaube, wenn wir graben hier runter, dann noch ein bisschen Steinchen in den Ofen sammeln. Das ist nie schlecht. Ähm, ja. Drittes Video heute, also today. Ähm, ja. Jetzt haben wir eh schon das Steinchen in den Ofen sammeln. Ich weiß nicht, praktisch. Ich glaube, wir haben ein bisschen Steinchen in den Ofen sammeln. Das habe ich nur noch da. Ähm, das ist ja nicht schlecht, ein bisschen Steinchen in den Ofen sammeln. Ähm, wenn wir noch keine Steinchen haben, dann kann man noch keinen Ofen sammeln. Und wenn wir noch was sind, dann kann man nichts raten. Und wenn ich raten kann, dann stirbt man. Wie ich bald. Wenn ich nicht bald was zu essen gebe. Dann doch mal. Ich will jetzt nicht unhöflich sein. Aber, naja. Vielleicht sollten wir... Das ist doch Tag. Warum? Warum? Warte, warte, warte. Ich lasse mich jetzt töten. Und... Wow, ich lasse mich töten. Wow, sehr. Warte, jetzt packen wir mal die Sachen rein. Das würde ich schon mal nicht mal verlieren. Das wäre irgendwie schade. Ist das eine leere Locate? Ja, es ist eine leere Locate. Okay, komm her. Wo ist die... 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 Wo haben wir das Ding treppen? Ich habe es gewonnen, oder wie? Nein, da ist er. Wow. Heiß. Also, lassen wir uns töten. Ach, der ist so dumm, ey. Halt mal. Nein. Und das haben wir auch schon geschafft. Das war jetzt wirklich nicht einfach. Aber naja, haben wir eigentlich Knochen getrunken? Ich habe gar nicht abgesehen, ich habe gar nicht kennengesehen. Ich habe gar nicht mehr so einen Skiller. Ich habe nicht irgendeine Skiller. Aber ich werde schon mal runter. Was ist das? Ton! Ja, Ton! Was macht Ton hier? Oh, ist das perfekt? Was? Ich hab nicht gewusst, dass ich kein Ton hab. Naja, jetzt weiß ich es. So, jetzt geht's wieder weiter. Oh, ich hab jetzt 24 Ton. Na ja, jetzt geht's weiter. Oh, 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 oh. Oder auch nicht. Ich hab jetzt 24 Ton. Ja, und... Na ja. Bisschen löchrig siehts hier noch aus. Was soll ich hier mal branden und ändern? Hab ich jetzt eigentlich... Ich hab jetzt gar keinen Hunger mehr. Vielleicht kann ich hier einen Ton herstellen. Ich könnte jetzt gebrannten Ton herstellen. Ich weiß nicht. Soll ich? Vielleicht machen wir gebrannten Ton. Den kann ich dann verfärben. Glaube ich. Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall freue ich mich auf morgen. Morgen ist Silvester. Ah, Silvester. So schön. Aber schauen wir mal. Ist die Kuh eigentlich immer noch klein? Das ist ja unsere Hauskuh. Würde ich mal so sagen. Unsere Hauskuh. Juhu. Ich glaube, das war es. Ach ja, wir haben noch ein Sätze länger. Wir brauchen Bäume. Ich finde Holz. Aber, naja, weil du brennst dann kein Holz. Naja, eigentlich ist dort draußen, naja, nur Wüste. Und ich will jetzt irgendwie ungern in die Wüste. Warte, sehen wir mal. Schauen wir mal. Jetzt mache ich jetzt erstmal die Locator-Karte auf. Nein, ich habe die nicht dabei. Okay, dann machen wir schnell die Locator-Karte auf. Da. Und wir müssen gleich hier Karte schaffen. So. Wow. Okay, ich kann ja einen ganz kleinen Teil sehen. Weil ich halt woanders noch nicht war. Ach so. Ach, ich bin voll... Ich muss vollkommen in die andere Richtung. Ja, ich muss, glaube ich. Nein, ich will, glaube ich, nach unten. Okay, ähm, da muss ich eine Karte mal navigieren. Aber wenn sie so richtig, dann muss ich ja... Ja, da sehen wir schon. Da wird sich die... Da größert sich die Karte ja schon. Was ist denn das hier? Wow. Das ist einfach mal Erde unter Wasser. Warte, warte Richtung hin, wer? Ich glaube, das ist eine hier rüber, ja. Ja, ich glaube, hier haben wir auch fein so. Das sieht, glaube ich, nicht gerade hinaus, oder? Warte mal. So. Das geht aber noch viel weiter. Ich glaube, wir sollten jetzt schleunigst wieder zurück... Warte mal. Was haben wir denn da vorne? Auch in der Wüste. Und ab nach Hause. Wenn es hier überall in der Wüste gibt. Wo ich heim muss, weiß ich schon noch. Das ist aber auch irgendwie logisch. Weil, wenn man nicht weiß, wo man schon heim muss, ist das irgendwie... Blöd. Ja. So könnte man es ausdrücken. Ich hoffe, ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass wir auf einmal Insel sind, denn... Das sieht auch irgendwie auch nicht schlecht aus. So würde er hoch. Das soll ja auch ein Turm werden. Das wird hier auf Bedarf noch so... Also ein Turm. Wow. Also ein Turm? Naja, ohne das ganze nötige Holz, was wir brauchen, das wird uns ein bisschen schwierig. Oh, Blöd. Und ich würde mal sagen, dass... Ja. Wird das jetzt reichen? Ich glaube, wo ist jetzt der höchste Punkt? Das ist der höchste... Wow. Was zur Hölle? Oha! Ich sehe einfach nach unten. Okay. Ähm. Das ist neu. Das ist neu. Okay. Das ist wirklich neu. Also... Ich bin gerade etwas über vorne. Ich bin wahr. Ich glaube, ist das jetzt alles... Was ist das bitte? Ich glaube, ich muss das Video beenden. Das ist ein Zeichen, dass ich das Video beenden muss. Ja. Erzählt ihr mal, wie das nicht aussieht. Viel Spaß. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Video wieder ein. Tschüss. Tschüss.